Und an der Frankfurter Börse begrüße ich Dorothee Holz. Von lockerer Geldpolitik oder von Geldvermehrung ist ja häufig die Rede, wenn über den Kurs von internationalen Notenbanken gesprochen wird. Was erwartet die Börse denn aktuell von den Geldhütern? Also die erwartet ganz klar, dass die lockere Geldpolitik genauso weitergeht. Und das zeigt sich auch daran, dass in Japan und auch hier in der Eurozone der Fuß wirklich auf dem Gaspedal bleiben dürfte. Man hält also an der ultralockeren Geldpolitik fest. Die japanische Notenbank hat heute Nacht unserer Zeit bekannt gegeben, dass sie weiter massiv Wertpapiere kauft, um die Wirtschaft dort zu stützen. Die Wirtschaft kommt zwar langsam in die Gänge, aber in Japan hat man ein Problem, das man auch in der Eurozone inzwischen kennt, nämlich das Problem sinkender Preise. In Japan spricht man allerdings schon seit 15 Jahren von einer Deflation. Und deshalb bleiben auch die Zinsen dort ultra niedrig. In Japan sind die Leitzinsen bei nahe Null. Genauso in den USA, in der Eurozone sind die Leitzinsen noch etwas höher, bei 0,25 Prozent. Aber das könnte sich bald schon ändern. Die Europäische Zentralbank hat sich bei ihrer letzten Zinssitzung ganz weit aus dem Fenster gelehnt, hat den Finanzmärkten weitere Hilfen in Aussicht gestellt. Und hier wird jetzt natürlich heftig darauf spekuliert, dass die Leitzinsen in Euroland auch noch weiter sinken werden. Das hat natürlich eine gute Seite. Damit werden Kredite noch billiger für Verbraucher und auch für Unternehmen, was natürlich auch beabsichtigt ist. Und Sie glauben, das ist ein Trend, der anhalten wird erst mal? Das ist ein Trend, der anhalten wird. Und dieser Trend hat natürlich auch eine ganz negative Seite. Die Sparer sehen ja nichts mehr auf ihrem Sparkonto. Und auch die Versicherungsbranche jammert inzwischen ganz, ganz laut darüber. Die Versicherer wissen einfach nicht mehr, und zwar europaweit, wie sie ihre Garantiezinsen erwirtschaften sollen. Mit sicheren Anlagen, da geht ja kaum noch was. Und deshalb denkt auch diese Branche daran, verstärkt in Aktien zu investieren. Das sind ganz, ganz neue Töne. Das hat man so noch nicht gehört, weil nämlich die Versicherungsbranche auch nicht unbedingt in Aktien, also in riskantere Anlagen investieren darf. Da wird man also noch für die Finanzaufsicht verhandeln müssen. Aber sicher ist, dass Aktienhändler darauf mit Sicherheit ganz schön positiv reagieren dürften. Das könnte nämlich dazu führen, dass der DAX noch weiter einsteigt. Über den DAX wollen wir gleich noch sprechen. Aber erst noch eine Frage nach einem spannenden Einzelwert. SAP, was erwarten Sie da? SAP hat heute die Aktionäre zur Hauptversammlung eingeladen. Und die verspricht wirklich spannend zu werden. Um 10 Uhr geht es da los. Der Softwarekonzern muss nämlich erklären, warum innerhalb weniger Monate die halbe Führungsmannschaft ausgewechselt wurde. Das bisherige Führungsduo löst sich auf einer der Chefs geht. Der Finanzvorstand wird ausgetauscht und auch der Technikvorstand hat seinen Abschied angekündigt. Der gilt bisher als Visionär oder galt besser gesagt als Visionär. Den Aktionären schmeckt das gar nicht. Die SAP-Aktie ist seit Jahresbeginn ganz schön unter Druck geraten. hat seit ihrem Jahreshoch schon über 12 Prozent eingebüßt. Also Aktionäre sind eigentlich darüber ganz schön enttäuscht. Dabei kann SAP geschäftlich große Erfolge vorweisen. Vor allem im Cloud-Computing der sogenannten Datenwolke. Kunden können nämlich da übers Internet riesige Datenmengen abrufen. SAP ist in diesem Wolkengeschäft führend. Aber die Personalfragen, die sind doch sehr irdischer Natur. Tja, und wo bewegt sich der DAX auch bis in die Wolken? Leider nicht. Da dienen dann doch die Vorgaben aus Übersee als Hilfe, um einzuordnen, wie es hier aussieht. Und diese Vorgaben für den heutigen Börsentag, die sind ganz schön mau und wenig inspirierend. Der Dow Jones verlor 0,8 Prozent an der Technologiebörse in Nasdaq, ging es um 0,4 Prozent runter. Und auch der japanische Nikkei, der schloss leicht im Minus. Und das setzt natürlich auch den DAX hier unter Druck. Wir sehen auf der Börsentafel ein Minus von 0,3 Prozent oder fast 0,4 Prozent. Inzwischen stehen also auch ein Mauerstart in diese Börsenwoche, in der bisher ja auch noch gar nicht so viel ging. Seit dem Rekordhoch beim DAX trauen sich Anleger einfach nicht mehr aus der Reserve. Da kann wahrscheinlich nur noch die EZB helfen. Vielen Dank, Dorothee Holz nach Frankfurt. Gerne.